Guten Tag, wir sind die Metzgerei Bächler aus Stockach. Wir produzieren fast alles selber. Wir kaufen nur ein bisschen Salami dazu. Der Rest wird bei uns im Hause alles hausgemacht noch selbst produziert. Wir haben regionale Produkte, super Schweinefleisch von Strohschweinen, die artgerecht gehalten werden. Haltungsstufe 4 ist die höchste in Deutschland, ist fast so gut wie Bio. Wir dürfen es nur nicht Bio nennen. Wir sind auf der Wochenmärkte. Am Dienstag sind wir in Konstanz und am Mittwoch sind wir in Radovzell. Am Donnerstag sind wir in Delsendorf, das ist ein kleiner Wochenmarkt und in Engen am Morgenfrüh und am Freitag sind wir in Radovzell auf dem Markt und in Konstanz und am Samstag sind wir noch in Radovzell und in Singe und am Freitag in Tuttlingen. Genau so war es. Unsere Produkte sind sehr empfehlenswert. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal besuchen würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.